Moin! Ja, wir sind es Annett und heute wieder live aus Kapstadt und wir haben euch ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht, denn es geht um den Mut, um den Mut, den wir als Seelenpartner sozusagen brauchen, um zusammenzukommen, denn das ist ganz schön crazy, wenn sich Seelenpartner begegnen, oder? Ja, das ist Magic. Und wir wollen euch heute in unsere Story einladen, um euch zu zeigen, wenn wir das geschafft haben, dann schafft ihr das auch und um euch auch ein Gefühl zu geben, dass ihr nicht alleine seid, sondern dass es wirklich ganz normal für Seelenpartner ist, dass es ganz schön crazy wird, wenn sich nämlich die Seele entschieden hat, dass ihr zusammenkommen sollt. Und wenn wir jetzt mal bei uns überlegen, ich meine, allein schon das Zusammentreffen war ja absolut crazy, oder? Ja, war es. Das war ja 2009, ne? Genau. Und ich habe ja damals in Kapstadt gelebt. Richtig. Und hier in Hamburg? Du in Hamburg. Und das Lustige war, dass wir beide Hamburger sind. Richtig. Gleicher Alt. Gleicher Jahrgang, ne? Wir sind also damals auch in die gleichen Clubs gegangen. Ja. Oder Diskotheken. Diskotheken. Wir sind ja damals in die gleichen Clubs gegangen und wir sind uns dort nie begegnet. Das heißt, 2009, als wir uns das erste Mal sozusagen voreinander standen, als wir uns das erste Mal aufeinander getroffen sind, haben wir uns nicht gekannt. Wir haben uns vorher noch nicht gesehen. Nee. Wahnsinn. Ich habe jetzt neulich von Lutz auch ein Foto von früher gesehen, wo ich gesagt habe, dass ich dich nicht gesehen habe. Süß. Süß. Total süß, ne? Also wirklich verrückt, was die Seelen da manchmal vorhaben. So, und wie gesagt, für uns war es das erste Mal, dass wir uns überhaupt begegnet sind. Schreib doch mal in die Kommentare, ob es auch bei dir das erste Mal war, dass du deinem Seelenpartner begegnet bist. Oder vielleicht kennt ihr euch auch von früher. Das gibt es ja auch oft, dass sich Seelenpartner schon früher mal begegnet sind. Vielleicht auch schon mal kurz zusammen waren in der Jugendzeit. Haben wir gerade im Freundeskreis. Haben wir gerade im Freundeskreis, ne? Hallo. Oder sich dann eben später erst wieder treffen und dann erst diese wahre Liebe gelebt sein kann. So, und bei uns war das so, dass du ja 2009 hier im Urlaub warst. Du bist ja auch so ein Südafrika-Kapstadt-Fan, schon ganz, ganz lange eben auch gewesen. Ja, das war 2000. Und ja, du warst in Begleitung und ich kannte die Begleitung beruflich. Und so kam es eben auch, ich hatte eine Dinnerparty gegeben, dass die beiden eben zu meiner Dinnerparty kamen. Und ich weiß es noch wie heute, als ich die Tür zu meinem Loft öffnete und die beiden praktisch vor mir standen. Im Grunde genommen habe ich ja sofort dich gesehen, ne? Also bei mir hat es Bäm gemacht und was hat es bei dir gemacht? Sofort Bäm. Und erzähl mal, was für eine Info hast du von deiner Seele bekommen? Ja, ich wusste sofort, das ist meine Frau, mit der möchte ich zusammen sein. Ist das nicht Wahnsinn? Wir haben uns vorher noch nie gesehen. Und das ist das Spannende, wie unsere Seelen mit uns kommunizieren. Wo du echt so Bäm, boah, und dann kriegst du eine Information, wo du denkst, Moment mal. Das war crazy, ne? Das ist total crazy. Wie soll ich denn da jetzt mit umgehen? Weil Lutz war jetzt überhaupt nicht auf der Suche nach einer Frau. Nee, die dich nicht. Ich meine, ich hatte mich schon vorbereitet auf meinen Seelenpartner. Aber in dem Moment wusste ich einfach, mich hat es nur umgehauen. Aber in dem Moment habe ich auch nicht an Seelenpartner oder sonst irgendwas gedacht. Ich dachte nur, boah, das war mal ein Keiner. So, aber... Vergeben war es damals, war es für mich eben so, dass ich sofort die Schotten nicht gemacht habe. Das war für mich ein verheirateter Mann oder vergeben oder wie auch immer, kam für mich nicht in Frage. Passte nicht zu meinen moralischen Vorstellungen. Und dementsprechend habe ich eigentlich auch sofort zugemacht. Und ihr wart aber drei Tage hier, ne? Ja. So, und dann waren wir nochmal essen, auch noch mit einer anderen größeren Gruppe. Und du warst aber an dem Abend warst ja sehr still. Das war ganz siedelig, ne? Weil du echt überhaupt nicht wusstest, was los ist, ne? Ja, ich wollte es ja auch gar nicht zulassen. Nein! Ne? So, und dann waren wir nochmal, ihr wart drei Tage hier. Wir waren dann nochmal irgendwie essen, nochmal mit anderen. Und dann waren wir nochmal einen Abend zusammen essen. Das war dann der letzte Abend, als wir in Kapstadt waren. Und dann waren wir ja tanzen gewesen. Richtig. Du, und ich sag dir, bei diesem Tanz, bei dieser Nähe, die wir auf einmal hatten, das war so überwältigend. Vertraut, ne? So vertraut. Und da war so eine Liebe auf einmal da, dass ich so einen Schiss bekommen habe und weggelaufen bin. Weißt du noch? Ja, weg warst du. Weg warst du. Nee, ich weiß nicht, ich konnte damit gar nicht umgehen. Das war für mich wirklich so, was passiert jetzt hier? Das wird gefährlich sozusagen, ne? Und es war irgendwie so, ich war so überwältigt, dass ich echt weggelaufen bin. Und das sind halt eben auch diese Momente, die unsere Seelen uns schenken, wo wir echt merken, Moment mal, da ist etwas ganz Besonderes. So, und dann haben wir uns ja auch erstmal aus den Augen verloren. Dann hatten wir uns nochmal in Hamburg kurz auf einer Geburtstagsparty sozusagen, auf deiner Geburtstagsparty gesehen. Du hattest mich ja eingeladen. Ich war immer so komisch, dass ich mich so freue, dich zu sehen. Das war natürlich meine Seele, weil ich habe ja zugemacht. Nein, vergeben und verheiratet, passt ja gar nicht für mich. So, und dann, insgesamt waren das ja anderthalb Jahre später, bis wir dann eben auch zusammengekommen sind. Und es war null die Situation, dass du sagst, ach, das passt ja total, ne? Also vom Umstand her, ne? Oder dass, weiß nicht, das Umfeld das toll gefunden hätte oder beziehungsweise sagte, ach, ist doch alles super. Oder die Gesellschaft auch schon mal überhaupt nicht, ne? Und das sind halt diese Tabuthemen, die wir Seelenpartner letztendlich durchbrechen dürfen. Das sind diese Grenzen, die wir sozusagen aufmachen dürfen. Das sind Hindernisse, die wir überwältigen dürfen als Seelenpartner, weil hier geht es wirklich um wahrhaftige Liebe leben und nicht, was uns die Gesellschaft vorschreibt oder sonst irgendwer, ne? Darfst du, darfst du nicht. Es geht nicht mehr darum, darfst du oder darfst du nicht, sondern du sollst. Und du darfst sogar, weil, das kommt ja von unseren Seelen, dass wir eben zusammenkommen sollen, weil dafür haben sie uns natürlich jetzt eben auch zusammengeführt. Weil das ist ja das, was wir jetzt leben sollen für die neue Welt auch, in der neuen Zeit, diese wahrhaftige Liebe, ohne uns irgendwie begrenzen zu lassen. Sondern das darf jedes Seelenpartnerpaar sozusagen für sich selbst entscheiden, wie möchtest eine Seelenpartnerschaft leben? Und das ist das Besondere daran. Und nicht diesen Einheitsbrei, ne? Und dann musst du dies machen und dann musst du das machen und jenes machen, ne? Wie so, weil sein Verlob verheiratet, Kinder, Kombi, Haus bauen und all diese ganze Sachen. Nee. Sondern da geht es wirklich darum, dass du dir ein völlig individuelles, ganz neues, eigenes Leben auch erschaffen darfst. Ich meine, guck mal, wir erleben jetzt gerade unser Traumleben hier in Kapstadt. Ja. Und hat das Mut gekostet? Ja. Ohne Ende. Aber lohnt sich das? Ja. Also was würdest du den Jungs sagen, die jetzt noch so hadern? Ja, machen. Machen, ne? Einfach machen. Ja. Es ist schwer, das weißt du selbst. Und das war ja für dich auch kein einfacher Weg, wirklich eben auch da raus zu gehen aus deinem alten Leben, um in dein neues Leben zu gehen, mit mir zusammen zu sein. Das war schwierig, ja. Schwierig. Du bist ja auch nicht sicher, wir kannten uns ja gar nicht. Nee, wir kannten uns nicht. Wir wussten nur, dass es irgendwie zusammengehört. Genau. Und das wirst du vielleicht auch gerade spielen. Schreib das gerne mal in die Kommentare. Wir kannten uns nicht. Das war nur dieses Gefühl, dieses tiefe Wissen, wir gehören zusammen und wir müssen das tun. Aber das hat auch Sicherheit gegeben, dieses Gefühl. Ja. Das war egal, was du tust. Du musst es machen. Ja, und das war das Spannende. Im Außen haben wir ja keine Sicherheit gehabt. Null. Null. Und jeder normale Menschenverstand, sozusagen kommt der Verstand wieder mit ins Spiel, wird natürlich sagen, nee, 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 das lasst man. Ich meine, wir haben auf verschiedenen Kontinenten gelebt. Lutz war vergeben, war verheiratet. Ich war jetzt frei. Aber ich meine, das ist ja nun auch überhaupt keine Ausgangssituation, wo du sagst, ist ja total easy. Das sind ja nur 9000 Kilometer. Eben. Also wie würde das sein? Wo leben wir? Und passt es überhaupt zusammen? Ich meine, wir haben nie zusammen gelebt. Null. Wir haben ja nie richtig mehrere Tage miteinander verbracht oder sowas. Null. Weil ich ja dann wieder auch nach Kampstadt gegangen bin. Ich habe ja hier auch gelebt. Also wir haben uns eine Partnerschaft aufgebaut aus der Distanz heraus, aber trotzdem hatten wir diese Nähe. Ja. Und das ist das Tolle. Und das jede Sekunde. Und das jede Sekunde. Und daran auch zu glauben und sich, weißt du nicht, sich nicht, sag ich mal. Verunsichern lassen. Verunsichern lassen, genau. Vom Umfeld oder auch von der Umwelt oder was eben auch andere dazu sagen, weil natürlich mischen sich dann gerne die Leute ein, wenn man das denn gut gemacht hat. Es gibt sehr viele Meinungen, ja. Viele behalten es ja auch für sich, weil sie eben Angst haben davor, was die anderen sagen können. Und oftmals ist es auch so, dass sie nicht gerade Support bekommen, weil das eben die meisten nicht nachvollziehen können, die das noch nicht erlebt haben. Die lieber sagen, nee, das geht nicht. Du darfst auch keine Ehe zerstören oder irgendwelche auseinanderbringen oder dein Glück auf ein anderes Pech oder wie auch immer aufbauen. Da kommen ja ganz, ganz viele Dinge auch auf einen zu, die es ja nicht so einfach machen. Es gab wenige, die es verstanden haben. Es gab ganz wenige, die es verstanden haben. Wünschen, dass du glücklich bist. Wahnsinn, ne? Und das bedeutet auch, dass da schon die Seelenpartner eben lernen dürfen, wie wichtig es ist, dass ihr euch aufeinander verlassen könnt, dass ihr wirklich daran glaubt. Und ich weiß, wie viele einfach noch zweifeln und sagen, aber die Umstände signalisieren ja nicht gerade, dass das zum Erfolg führt, dass wir zusammenkommen. Weil man darf nicht vergessen, es sind ja auch ganz viele eigene Ängste, die mitspielen, die Angst vor der Veränderung, dann nicht wissen, funktioniert das überhaupt? Was setzen wir hier aufs Spiel sozusagen? Auf was lasse ich mich da ein? Auf was lasse ich mich da ein? Kommt ja auch noch hinzu. Und wirklich den Mut zu haben, sich zu trauen. Und das können wir wirklich beide aus ganzem Herzen sagen, mit vollster Überzeugung, dass sich das wirklich lohnt. Ich meine, es gibt ja auch so einen Spruch, das Glück gehört dem Mutigen oder wie auch immer. Es ist wirklich so gerade, was die Seelenpartnerschaft angeht. Und diese Liebe, die ist so intensiv und so tief und die trägt euch auch durch all eure Situationen, durch alle Tiefen und Höhen. Das kann die, aber das kann sie natürlich nur, wenn man das zulässt. Und wir haben es zugelassen, weil sie hat uns wirklich durch Höhen und Tiefen getragen. Und das ist ja auch immer das. Viele denken ja, oh, und dann bin ich mit meinem Seelenpartner zusammen und dann ist alles lustig und fröhlich. Nee, nee, nee. Wenn du das willst, dann such dir keinen Seelenpartner, sondern dann such dir irgendwie einen netten jungen Mann oder nette junge Frau oder alt oder wie auch immer und lebe etwas anderes. Aber bitte keine Seelenpartnerschaft. Bei einer Seelenpartnerschaft, das ist das Spannende, das holt alles hervor. Ja, viele Diskussionen. Die ganzen Tiefen, die ganz, also das Positive, das Negative in Anführungsstrichen, also deine Schatten. Das will ich jetzt gar nicht negativ nennen, das ist auch ein bisschen doof. Sondern es gehört ja auch zu allem, diese Schattenthemen, die hochkommen, wo du dich teilweise ja gar nicht wiedererkennst. Sagst du, oh Gott, das bin ich sozusagen. So habe ich mich ja noch nie erlebt. Mit allen Facetten. Weil in der Seelenpartnerschaft sollst du ja auch wachsen und reifen. Da sollst du ja auch endlich dich befreien dürfen von diesen alten Mustern, die du ja auch in dir trägst. Man spürt ja auch, wenn es dem anderen nicht gut geht. Das spürt man auch total. Das ist ja telepathisch auch. Und da kannst du auch extrem gut nachvollziehen. Ja. Weil du weißt, dass da was nicht stimmt. Ich weiß, dass da was nicht stimmt. Und du kannst dem anderen eigentlich auch nichts mehr vormachen. Das ist auch noch das Spannende. Aber nochmal, um auf die Schattenthemen zu kommen. Es ist wirklich so, diese Seelenpartnerschaft, Liebe, diese Liebe zwischen Seelenpartnern, die zeigt alles. Aber das Tolle daran ist, dass da eben auch teilweise Schatten hervorkommen, die so tief verborgen sind, die jetzt eben auch gesehen werden wollen. Und diese Liebe, die trägt euch da durch. Ja. Weil egal wie groß der Streit war. Das ist die Belohnung so. Egal wie groß der Streit war, diese Liebe ist da. Und du fängst nicht mehr an zu zweifeln, ob der andere dich liebt oder nicht. Du weißt, dass er dich liebt. Du musst da überhaupt keine Angst haben. Nee. Und der Seelenpartner ist ja, wie gesagt, der Weg zu dir. Und dich selbst zu erkennen, dazu gehören auch die Schattenthemen. Das ist nicht immer nur die sonnige Seite sozusagen. Oder hach, ist das alles so toll. Ist doch sonnig, Habe. Sondern das gehört eben alles dazu. Und das ist das Tolle, dass man das eben auch gemeinsam erleben und meistern darf. Richtig, ja. Vielen Dank. Ja, danke. Nein, vielleicht. Nein. Also das wollten wir euch heute nochmal mitgeben. Mit euch teilen. Dass es auch bei uns ganz viel Mut gekostet hat, letztendlich eben auch wirklich diesen Schritt zu gehen. Sich füreinander zu entscheiden. Die Seelen hatten sich ja schon entschieden. Ich meine, man ist ja auch als Seelenpartner füreinander versprochen. Aber wirklich auch das Alte hinter sich zu lassen. Ja. Ohne zu sagen, das war schlecht oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es war ein wichtiger Teil in meinem Leben, in deinem Leben. Aber eben auch, sage ich mal, das neue Kapitel willkommen zu heißen, zu sagen, ja, es bedeutet sehr viel Mut, ins neue Kapitel zu gehen, aber das eben auch aufzuschlagen. Und mit allem reinzugehen. All in zu sein. All in. All in zu sein könnte, aber das könnt ihr alles gemeinsam regeln. Und darum wirklich, also traut euch, weil das lohnt sich und ihr werdet von euren Seelen sowas von supported und vom Universum auch. Und ich habe ja schon oft darüber gesprochen, warum die Konstellation vorher eben anders ist, was die Seelen da eben noch für Aufträge haben, sozusagen, bis sie dann eben als Seelenpartner zusammenkommen, um diese wahrhaftige Liebe zu leben. Richtig. Traut euch. Wir glauben an euch. Von uns nochmal ganz, ganz, ganz viel Liebe. Love, love, love. Wenn wir das geschafft haben, schafft ihr das auch. Also vertraut euren Seelen. Die wissen doch genau, was sie machen. Und egal, wie crazy das ist und wie die Umstände auch gerade bei euch sind und ob ihr gerade am Zweifeln seid, ob ihr überhaupt jemand zusammenkommt oder nicht. Ihr schafft das, weil das ist die Mission von euren Seelen, weil das ist die Liebe der neuen Zeit, der neuen Welt. Und das soll jetzt gelebt werden. Ja, ihr werdet Pioniere sein, aber sind wir auch. Aber das sind wir gerne, weil es sich sowas von lohnt. Weil es das Schönste ist mit, was ihr euch schenken könnt. Ihr verliert nichts, sondern ihr gewinnt etwas ganz, ganz Wertvolles. Und das täglich. Denn diese Liebe wird jeden Tag tiefer. Ja. I love you. Sehr schön. Tschüss. 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 Tschüss.